Moin, hier mal ein kleines Video zu diesen, ja, ich nenne es aber mal Turnschuhe, das Ganze kommt von der Marke Popcorns No Name, aber fürs Laufen habe ich sie bestellt, habe ich gedacht, kann man auch auf Namen verzichten und ja, im Endeffekt ist das der Schuh, das Ganze funktioniert ganz einfach, es kommt hier mit diesem Gummizug hier oben, das heißt, man braucht nicht unbedingt die Schlaufen, um das Ganze fest am Fuß zu verankern, das ist ganz nett. Das Profil ist auch schön großzügig geschnitten zum Laufen, ich zeige das jetzt einfach mal ohne, dass mein Fuß drin ist, also wir haben hier tatsächlich auch ein bisschen extra, haben dadurch guten Halt beim Lauf, das Ganze federt auch ganz gut, ist gut gepolstert hier unten in der Sohle selber und ja, im Endeffekt haben wir hier einen ganz netten Schuh für einen guten Preis, ich bin sehr zufrieden damit, das Ganze fällt ein bisschen größer aus, würde ich sagen, ich habe sie erst in der Größe 45 bestellt, und habe sie dann nochmal zurückgeschickt und das Ganze jetzt in der Größe 44, ich habe normalerweise eine Größe 11,5, auf Deutsch müsste das für 44, 45 sein, und im Endeffekt komme ich mit 44 hier einwandfrei aus, bei 45 war tatsächlich ein ganzer Daumen extra hier vorne und da kann man vielleicht dem einen oder anderen Tipp geben, einfach, ja, ein bisschen überlegen, habe ich wirklich diese Größe, bin ich mehr so zwischen den beiden und dann lieber zu dem kleineren greifen, wäre mein Tipp, zumindest hat es bei mir so funktioniert. Und ja, optisch und verarbeitungstechnisch ist das Ganze, ja, sehr ansprechend, bin sehr zufrieden und vielleicht hilft es dem einen oder anderen.